In dem Moment, wo ich einen Einsatz habe, da fällt bei mir als ADHler die Klappe. Das muss ich mal einfach so sagen. Ich kann es hier mal live demonstrieren, dass ich mir selbst es auch zwischendurch so geht, dass ich absolut in einer hilflosen Situation bin und dann typisch nicht weiter weiß. Und ich glaube, das ist so das Thema von vielen anderen, das merke ich, wenn die zu mir in die Praxis kommen. Genau mit solcher Fragestellung. Die Kinder stehen da und stehen vor dem Lehrer, wissen nicht, was sie sagen sollen, kriegen einen Haufen mieser Zensuren oder sogar die Eltern stehen in ihrer Arbeit vor einem Chef, der da von ihnen was fordert und irgendwie ist dann plötzlich das Gehirn leer. Und so geht es, wie Sie vorhin gesehen haben, sogar mir. Wenn ich einen Anfang machen soll, ist das Gehirn leer. Das ist eine typische Reaktion von denen, die sogenannte ADHler sind. Das ist aber eine Geschichte, die durchaus veränderbar ist. Und mir geht es darum, deutlich zu machen, wie man das verändern kann. Ich habe in meiner Praxis jetzt viele Wege gefunden und über Jahre ausprobiert, auch an mir selber ausprobiert, aber vor allen Dingen mit meinen Patienten gemeinsam ausprobiert, was man dort alles machen kann. Ich habe mich auf der Website vorgestellt, da gab es viele Kommentare dazu und ich habe bemerkt, dass die Kommentare auch deshalb so fragend waren, weil die, die dort waren, natürlich von mir überhaupt nichts wussten. Sie kennen mich nicht, sie wissen nichts von mir und da stellt sich plötzlich da eine dar und sagt, sie sei hier eine große ADH-Ärztin. Aber worin besteht nun meine Kompetenz? Meine Kompetenz besteht, kennen natürlich meine Patienten. Die wissen das, über die ganzen 30 Jahre, wie ich arbeite, wissen sie, dass ich mich einsetze und zwar komplex einsetze. Dass sie nicht einfach nur kommen und dann einen Haufen Ratschläge von mir kriegen, sondern dass wir gemeinsam einen Weg uns erarbeiten, wie sie aus den Problemen, die sie meistens haben, und das ist meistens eben ein tiefes Problem der Hilflosigkeit mit ihren Kindern, aber auch die Kinder mit ihrer Umwelt, dass sie mit diesen Dingen dort rauskommen. Und da geht es natürlich darum, dass wir uns einsetzen. Und sie wissen, dass ich mich einsetze mit allem, wenn es um Arbeit mit den Auseinandersetzungen, auch mit den Lehrern geht. Ich bin in einer Schule und ich weiß, wie es den Familien in den Schulen geht. Ich kenne auch die Probleme der Lehrer, weil die Lehrer, wenn man genau hinguckt, sind tatsächlich auch genauso hilflos wie die Eltern. Es ist auch keine leichte Geschichte, so jeden Tag vor den Schülern zu stehen und einen Unterricht machen zu müssen, der nicht immer auch die Lehrer glücklich macht. Aber das ist halt so. Es ist eine Sache, mit der wir uns hier in der Umwelt jetzt so, wie sie ist, auseinandersetzen müssen. Es ist auch wichtig, in erster Linie nicht diese Umwelt zuerst zu ändern, sondern das Wichtige ist, mein Gefühl dazu zu verändern. Es ist ja so verrückt. Es gibt Menschen, die leben unter den miesesten Bedingungen und sind glücklich. Und dann gibt es Menschen, die leben unter den bestmöglichen Bedingungen und die sind zutiefst unglücklich. Also kann es nicht an den Bedingungen liegen, sondern an uns, wie wir uns mit diesen Bedingungen fühlen. Und an der Stelle setzt meine Art und Weise ein, zu arbeiten und setzen meine Hilfsmittel ein, das zu verändern. Das heißt, zu lehren, wie kann ich lernen, mit mir und meiner Umwelt, so wie sie ist, zufrieden und glücklich zu sein. Und für Eltern ist das natürlich was ganz was Wichtiges, weil die Kinder richten sich genau nach diesem Gefühl. Und das, was sie von ihren Eltern abgeguckt haben, dafür haben wir die Spiegelneuronen im Kopf, das, was sie von ihren Eltern abgeschaut und nachgemacht haben, das machen sie nachher in ihrem Leben auch. Und so ist es schon über Generationen so weitergegangen. Ich meine, wir haben von unseren Vorgenerationen nicht gerade gelernt, wie wir mit uns glücklich sein. Das sind, manchmal habe ich so den Eindruck, es sind doch nur ein paar Auserwählte vielleicht, die das gelernt haben. Und die das aber unbedingt wollen. Sie wollen, sie wollen glücklich sein und tun alles, um diesen Zustand zu erreichen. Aber den kann ich nur erreichen, wenn ich wirklich zu mir selbst komme. Und manchmal braucht man dafür einfach Unterstützung und Training und Beratung und was auch immer. Und einen Teil dieser Unterstützung gebe ich, zum Beispiel was den Live-Kurs betrifft. Das sind diese drei Tage Live-Coaching. Was wir machen in einer kleinen Gruppe, wo das Verrückte ist, dass die immer so traurig und ein bisschen verkniffen am ersten Tag in diesen Kurs hineingehen und wenn sie dann am dritten Tag abends fertig sind, strahlende Gesichter haben und ein strahlendes inneres Gefühl haben. Mir war wichtig, diesen Art von Kurs und dieses Art von Training nicht nur einigen Leuten zur Verfügung zu stellen, sondern eben in einer großen Masse zu verbreiten. Und deshalb habe ich einen Online-Kurs entwickelt, der in ähnlicher Art und Weise dazu führt, dass ich zu mir komme, das heißt diejenige Person, die diesen Kurs macht, zu sich kommt, sich selbst kennenlernt und sich selbst lieben lernt und sich damit verändern lernt. Der Effekt davon ist, wenn ich mich selbst mag, mag mich komischerweise auch meine Umwelt. Und mögen vor allen Dingen die Kinder uns. Und die Eltern, die diese Weisheit und diesen Trick gelernt haben, haben veränderte Kinder, haben glückliche Kinder, die natürlich in der Schule, klar, immer noch Probleme haben, aber mit diesen Problemen anders umgehen können. Die nicht mehr in solche Löcher hineinfallen, dass ihnen so schlecht damit geht und dass sie eigentlich manchmal bis dahin wollen, dass sie nicht mehr in die Schule wollen und sagen, nee, ich bringe mich um lieber, anstatt, dass ich in die Schule gehe. Das ist das, was ich mit meinem Kurs erreichen möchte, dass sich das verändert. Und die Kinder, und da habe ich Beispiele, kann ich vielleicht gleich eins erzählen. Da kam vor, das ist jetzt in der Zwischenzeit ein halbes Jahr, eine Großmutter mit einem Enkel, den ich von ganz früher schon mal kannte, aber der jetzt so am Ende war, dass er in die Drogenszene abgerutscht war, von der Schule fliegen sollte und dass er wirklich tatsächlich die ganze Familie am Ende war und ihn keiner mehr haben wollte. Übrigens ein fantastischer Junge, zwar 15, zwar eine Granate, aber mit einem so, ich würde sagen, goldenen Herzen, das allerdings so was von verschüttet war und so was von zu war, dass der natürlich nur Theater gemacht hat und auch in der Schule aggressiv war und den damit keiner leiden konnte. Nachdem er in der Sprechstunde war und wir mit ihm gearbeitet haben, allerdings ziemlich intensiv gearbeitet haben, ist er inzwischen, hat er entgegen allem seine Schule beendet, ist inzwischen in einem völlig anderen Zustand, der ist clean und er hat sich eine Aussicht erarbeitet, was er will. Das hat er ja vorher überhaupt nicht. Der wollte vorher außer sich umringen eigentlich ja nichts. Und jetzt ist es ein strahlender, charmanter, junger Mann geworden. Und ich muss sagen, ich bin immer wieder erstaunt, mit wie viel Herzlichkeit und Wärme er jetzt in der Umwelt ist. Nicht, dass er überall glatt durchkommt, aber er hat eine andere Einstellung bekommen und seine Großeltern können jetzt mit ihm umgehen und er wird nicht überall mehr rausgeworfen. Das ist mein Ziel, was ich Ihnen anbiete. Mit meinem Webinar und mit meinem Kurs, mit meinem Online-Kurs der Inneren Garten und auch mit dem Live-Training kann ich das sozusagen anbieten als Möglichkeit für jeden, der so gerne sich verändern möchte und das nutzen möchte.